So, haustest du gut? Ja, es geht. Ein bisschen rutschig, aber es geht schon. So, wenn wir das jetzt am besten hier platzieren. Ja, eh so in der Mitte, würde ich sagen. Gut. Gut versteckt. Meine Damen und Herren, wenn Sie vielleicht einmal herkommen wollen, wir haben da was für Sie, was wir Ihnen gerne präsentieren würden. Bitte treten Sie einfach näher, wir haben da ganz was Schönes für Sie. Ich muss sagen, es ist fünf vor zwölf. Ja, es geht um den Klimawandel. Es ist fünf vor zwölf bezüglich dem Klimawandel und wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir noch was tun können. Mir geht es oft ganz, ganz schwierig mit diesen Entscheidungen. Machen wir das Richtige? Wie kann ich diese Welt ein bisschen besser machen? Was kann ich so selber beitragen? Diese kleinen Entscheidungen, die sind immer so schwer. Und dazu haben wir etwas entwickelt und das möchten wir hier heute präsentieren. Und wir sind total stolz. Wir sind voll stolz. Ja, die hilfst du mal schnell. Natürlich. Das ist eins, zwei, drei. Das ist unser Kolibri-Glücksrad. Ja. Der Kolibri sagt Ihnen, welche Entscheidung Sie morgen treffen werden. Einfach um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Ich zeige Ihnen gerne einmal, wie das geht. So, was wird das? Ja, der sagt, greift diesmal nicht zum Fleisch. Möchte jemand versuchen? Sein Glück am Kolibri-Rat. Es tut einfach gut. Es tut gut. Bitte kommen Sie, treten Sie. Wer traut sich? Ja, bitte. Geh zum Bauernmarkt. Super. Wer möchte die einmalige Chance ergreifen? Und was sagt der Kauf Second Hand? Geh diesmal nicht shoppen oder trink Leitungswasser. Sie dürfen sich eins aussuchen. Geh zum Bauernmarkt. Warst du schon mal am Bauernmarkt? Mag noch jemand, meine Damen und Herren? Geh zum Bauernmarkt. Trink Leitungswasser. Kauf das unverpackte regionale Gemüse. Ja, das ist ja nicht immer so leicht. Letzte Chance für heute. Geh diesmal nicht shoppen. Okay, danke schön. Danke fürs Teilnehmen. Würde ich sagen. Packen wir wieder zusammen. Vielen Dank für die Teilnahme. Es hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar Entscheidungen abnehmen. Herzlichen Dank. So. Perfekt. Und, gehen wir. Bis bald. Ja. Ja? Ja. Ja. Vielen Dank.